Jo, Mutti installiert die Kanone, klaut mal eben ein bisschen Asche aus unserem Laderaum und nimmt auch noch die alten... Boah, guck dir das an, nicht nur ein Joystick und so ein komisches Ding und so eine Booster-Dinger und hier so ein Zielfernrohr, sondern wir haben jetzt auch Satelliten-Navi. Was sagt der? Ein Destruktomatik T47 panzerbrechendes Gemetzelverteilungssystem mit automatischem Nachladen und Fax-Modem. Ah, das ist ein Satelliten-Fax-Modem, damit können wir dann auch Faxe schicken. Also, falls irgendjemand noch weiß, was Faxe sind, das ist so Papier, was man vor dem Internet verschickt hat und heutzutage komischerweise immer noch Leute verschicken. Im Sinne von, können wir einen Fax schicken? Äh, nein? Wirklich furchterregende Piraten? Wo ist Richelieu? Komm, Richelieu, da ist er! Oh, äh, oh! Yes! Ein Glück haben wir das auf easy gestellt! Ja, ich bin gekommen, wegen meiner Karte! Ich bin wegen meiner Karte gekommen! Dich muss ich nicht fürchten, Bürschchen! Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert! Äh, imponiert? Ach, nein! Jetzt müssen wir ja tatsächlich... Äh, dein Spiegelbild in meinem See reflektiert? Nein! Wenn ich mit dir fertig bin... Boah! Mal sehen, soll ich denn da nicht sterben? Möchte ich, dass man dich desinfiziert? Imponiert! Hm, 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 hm! Dein Geruch allein, Rauch? Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert! Ha! Treffer! Jetzt werde ich dich erstechen! Da hilft kein Protégé! Protégé? Äh, hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé! Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé! Nein! Das war falsch! Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung! Was? Schwung? Äh, dich zu töten wäre eine legale Reinigung? Das ist das Einzige, was sich reimt, oder? Läuterung? Nee! Äh, was? In Format Hüden drückst du zu meiner Erleichterung? Erheiterung ist das eigentlich, aber... Ha! Für dein Gesicht bekommst du Benadigung? Was? Du machst doch jetzt nicht auf Verschwisterung! Oh, komm hier, sag mir das nochmal! Äh, könntest du das wiederholen? Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung! Mein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung! Das hier passt also nicht! Äh... Hm... Koffeinfreier Kaffee? Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung! Ha! Das passt! Du hast so viel Sexappeal wie eine Coupier! Wie ein Coupier? Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separee! Easy! Easy Win! Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung! Äh... Abstammung! Mal sehen! Äh... Atem paralysiert! Desinfiziert! Kaffee! Kollabiert! Was? Äh... Abstammung! Begnadigung! Atemspray! Linderung! Eine Massage verschafft Linderung? Abstammung! Erleichterung? Hm... Irgendwas mit der Familie... Also... Sozusagen... Hm... Abstammung! Toll! Komm, wiederhol das nochmal! Äh... Könntest du das... Ich brauche Hilfe! Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung! Mein Antlitz! Irgendwas mit der Optik! Und Abstammung! Hm... Nee, reflektiert reimt sich nicht! Desinfiziert! Läuterung? Nein, das hatten wir ja schon! Der Geruch reiht aus und kollabiert! Nö, reimt sich nicht! In Formal der Hüt aufbewahrt drückst du bei zu meiner Erheiterung? In Formal der Hüt aufbewahrt drückst du bei zu meiner Erheiterung! Nein, das war's nicht! Oh! Mit mir aufzunehmen gleicht einer Odyssee! Odyssee? Äh... Oh, Mann, 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 das ist doch nicht so schwer, Junge! Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Das war nicht richtig! Bist du das? Es riecht dir so nach Jauche und Dung! Jauche und Dung? Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung? Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung! Ha! Passt! Durch meine Fechtkunst bin ich zum Sieger prädestiniert! Zum Sieger prädestiniert? Das war ja auch leicht! Dein Atem hat sie paralysiert? Ah! Das war ja auch leicht! Dein Atem hat sie paralysiert! Das war nicht richtig! Ach, verdammt! Das geht hier ewig! In den Spiegel nicht jeden Tag wird ich eine Erniedrigung... Äh, Erniedrigung... Hm, Spiegel? Reflektiert, reimt sich nicht auf Erniedrigung! Erläuterung? Nö! Kollabiert, Armee, Erleichterung? Varieté, identifiziert, Klischee... Boah! Mist! Das war's! Äh! Was? Ja, super! Ach, Menno, das ist gar nicht so einfach hier! Die Kanonen piepsen! Anwendigens muss ich Rechelieu nicht nochmal besiegen! Nein! Da! Rechelieu! Ja! Gib die Karte heraus! Hier! Jetzt habe ich dich! Durch meine Fechtkunst bin ich zum Sieger prädestiniert! Ja! Das war ja auch leicht! Dein Atem hat sie paralysiert! Was? Das war nicht richtig? Ach, Menno! Wirst du das? Es riecht hier so nach Jauche und Doom! Hm! Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung! Ja, das passt! Boah, ich kann mir das so schlecht merken! Mit mir aufzunehmen gleicht einer Odyssee! Hm! Was? Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet? Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet! Ach, Menno! Jetzt werde ich dich erstechen! Da hilft kein Protégé! Jetzt werde ich dich erstechen? War das das jetzt mit dem Filet? Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet! Nein, auch nicht! Boah! Junge! Auch wenn du es nicht glaubst! Aus dir mache ich Aschee! Jetzt kommt das Filet! Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet! Das hat aber gedauert! Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert! Imponiert? Äh... Da hat sich wohl... Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert! Mist! Boah, ich bin so scheiße in diesem... Deine Mutter trägt ein Toupet! Was? Deine Mutter trägt ein Toupet? Hoffentlich zeigst du mich nicht in Separé! Nö! Äh... Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Also, sieh mal einer an, wer da auf mein Deck gespült wurde. Ja, jetzt gibt's Saures. Ah, jetzt gibt's Saures. Jetzt werde ich dich erstechen. Da hilft kein Protégé. Okay, Protégé. Irgendwas mit so einem Akzent. Desinfiziert, Läuterung, kollabiert, welche Armee? Varieté, oder was? Was soll denn sonst hier passen? Phenalium, Atemspray? Varieté. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Nö, das war's nicht. Durch meine Fechtkunst bin ich zum Sieger prädestiniert. Toll. Hm. Der? Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Das war's nicht. Bloß, es war jetzt das andere. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Äh, nicht richtig in Schwung? Die Läuterung? Nö. Hm. Boah. Tut mir leid, ich hab grad keine anständige Eingebung. Ach, Menno. Das ist hier auch gar nicht so einfach. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Das passt nicht. Du hast so viel Sexappeal wie eine Kruppier. Separé. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Jetzt reicht's aber auch langsam. Dein Guter trägt ein Toupet. Toupet. Äh. Hm. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Ha! Auch noch richtig ausnahmsweise, Mark. Es riecht hier so nach Jauche und Doom. Dich zu töten? Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Okay, jetzt treffen wir ausnahmsweise. So, dass du damals von einem Schwein adoptiert? Adoptiert. Äh. Mal sehen, äh. Geruch reicht aus? Du in welcher Armee? Varieté identifiziert? Mist. Das passt nicht. Warum? Es geht noch um die Eltern. Was? Äh. Was? Dein Geruch allein reicht aus? Dein Geruch allein reicht aus? Und ich wäre kollabiert. Natürlich passt das nicht. Das gibt's doch nicht. Ich war so gut. Ich hatte ihn schon dreimal. Wenn du mal wieder komm, serviere ich dir Rotwein mit Fisch. Was? Ist das so schlimm? Rotwein mit Fisch? Menno. Nein! Zu dem wollte ich gar nicht. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Och, Menno. Jo. Nein! Ich habe es mir anders überlegt. Ich lasse dich am Leben. Ach, das gibt es doch nicht. Komm hier, jetzt aber zu dem richtigen Rüscheljö. Wo ist denn der? Da. So, so, so. Sieh mal einer an, wer da auf mein Deck gespült wurde. Ja. Gib die Karte heraus, oder du bekommst mein Schwer zu spüren. Das könnte amüsant werden. Auch wenn du es nicht glaubst. Aus dir mache ich Aschee. Ja, äh... Aschee? Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Okay, gut. Aschee, Filet. Es mit mir aufzunehmen, gleicht einer Odyssee. Toll. Odyssee. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Wieso war das nicht richtig? Das passt doch voll. Du hast so viel Sexappeal wie eine Kruppier. Ja, in Separe. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separe. So langsam lerne ich die Sachen auswendig. Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Imponiert. Äh... Hm. Nein, desinfiziert wir ja. Äh... Dein Geruch reicht aus? Dein Geruch allein reicht aus und ich bin kollabiert. Nein, das war falsch. Wie, das war richtig? Ganze Inselreiche haben vor mir kapituliert. Äh, das war auch leicht. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Ehrlich jetzt? Das ist richtig? Wurdest du damals von einem Schwein adoptiert? Uh... Von einem Schwein adoptiert? Hm. Äh... Der Geruch allein. Erleichterung. Varieté. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert? Was? Ah, das ist eh falsch. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung. Abstammung. Äh... Boah. Informale Hüt? Nein. Ach, Menno. Abstammung? Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Okay, das war auch sonst. Also mal richtig. Oh, oh, oh. Au. Sacre bleu. Au. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen. Du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut. Ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flähe dich an. Keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Äh. Jetzt übertreibt man dich, Guybrush. Wir haben die Karte wieder. Ja, endlich. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Yes. Das war's.